Keine Ahnung, was das war. Hm, ist wahrscheinlich hier den Bach runtergekullert, hä? Ah, super. Siehst du, da hast du mal so ein Glück und ballerst irgendwas Unbekanntes ab und dann ist das Ding weg. Da hat er sich verzaubert wie Meerlinie, geile Sache. Ich finde, man kann doch auch mal ab und zu mal ein bisschen friedlich hier spielen.